Seit zwölf Jahren gibt es ja den Südaanflug. Was heisst das für Sie? Ja, das ist eigentlich skandalöser an dieser ganzen Geschichte, dass das irgendwie über Notrechte eingeführt worden ist, irgendwie ein Recht, das für den Notfall gemacht worden ist und jetzt einfach missbraucht wird von einem überforderten Bundesrat, der nicht in der Lage ist, eine gescheite Lösung zu bringen. Wenn mal etwas passieren würde mit einem Flugzeug, ob es dann nachher immer noch fliegen würde, das weiss ich nicht. Wenn man das dann einfach sagen würde, es ist halt passiert, ist mal eines runtergefallen, also gut, machen wir weiter. Wenn dann Anweiterungsverhältnisse sind, dann schmecken sie, stinkt das nach Kerosene, also sehr, wie wenn sie in den Flughafen genommen sind. Es ist einfach gegen das geltene Gesetz. Das finde ich nicht super. Sie haben es heute an die einen Rednerinnen erwähnt und sie zwölf Jahren dümpeln das einfach so ein. Und jetzt, wenn es noch jemand draufgegeben mit dem Südstart, finde ich ungerecht. Südstarts würden menschengerechte Leben im Süden der Stadt Zürich und in der Südgemeinde vernichten. Im direkten Kontakt zeigen mir, dass sich sehr viel gar nicht damit arrangieren können. Es gab natürlich Leute, die diese Möglichkeit hatten, die sind weggezogen. Andere, die Lebensqualität natürlich hier auch ausleben wollen, weil sie hier zu Hause sind, die können nicht ausweichen. Jetzt droht ja noch der Südstart. Was heisst das für dich? Also das fände ich das absolute No-Go. Also wir haben schon wirklich sehr einen grossen Teil vom Flughafen, den wir mittragen müssen. Und jetzt noch etwas oben drauf und dann eben noch viel die Leute restarten als die Anflüge. Also das geht einfach nicht. Das können wir nicht akzeptieren. Es ist unfair. Wir gehen überdicht ins besitteltes Gebiet. Schwammerdinger ist ein Quartier mit 28'000 Bewohnern. Und einmal mehr, finde ich, sind wir nicht die Abfallhaufen von Zürich und wir sind nicht die Abfallhaufen vom Kanton. Sondern es ist so, dass man den Fluglärm dort durchführen soll, wo die Bevölkerung nicht so dicht ist. Und das ist nun mal nicht Zürichsort. Für die Nord. Und schätzte Anwesen und das soll richtig sein. Ich sage Nein und ich weiss, Sie sagen auch Nein.